So, da sind wir wieder. Einen schönen guten Morgen alle zusammen hier bei Tickmills Handelsideen für Montag. Den, was haben wir heute? 10. September. Ich hoffe, Sie hatten alle ein schönes und erholsames Wochenende und jetzt wird es einmal wieder Zeit, auf die Märkte zu schauen und ein paar interessante Handelsideen hier für den heutigen Tag miteinander zu besprechen. Gestern habe ich die Charts durchgeschaut, ein bisschen Research gemacht. Das mache ich jede Woche Sonntag, wo ich das Webinar hier vorbereite. Und da ist mir, wer es schon gelesen hat, im Blogbeitrag das britische Fund der Dow Jones und das WTI wieder einmal in die Augen gekommen. Guten Morgen, Ludger, Alexander, Elena, einen schönen guten Morgen hier von mir an dieser Stelle und auch euch einen schönen guten Start in die neue Woche. Und allen anderen, die hier zuschauen, haben sie auch einen guten Start nach dem Wochenende. Was ich Ihnen an dieser Stelle auch mal noch zeigen möchte, ich weiß, wir haben immer wieder neue Zuschauer. Ich gehe mal eben auf die Seite von Tickmill. Einfach die Bitte, wir schauen ja hier zusammen jeden Tag in die Webinare auch rein. Wenn Sie die Informationen zum Tickmill-Blog lesen möchten oder aber auch selbst hier das Trading über Tickmill machen möchten, ist ein wirklich richtig guter Broker mit spitzen Konditionen. Technik passt also wirklich alles fein. Und der Blog-Eintrag, den ich jetzt hier jeden Tag auch zeige, den finden Sie hier auf der Tickmill-Seite. Wenn Sie einfach auf Blog klicken und dann hier die entsprechenden Handelsideen sich anschauen. Und Sie sehen, hier haben Sie alle Handelsideen und die können Sie immer, immer wieder anschauen, unabhängig jetzt hier von Facebook, sondern morgens aller, aller spätestens 8 Uhr, meistens ist es schon eine Stunde früher, stehen die Informationen hier da. Sie können es lesen und manchmal ist es ja auch so, dass der frühe Vogel hier den Wurm fängt. Das ein oder andere Setup läuft manchmal auch schon ein bisschen eher an von der Seite her. Gut, wenn Sie das lesen, schauen Sie ruhig auf die Website, da steht immer alles drauf und Sie finden natürlich auch, wenn Sie reinklicken, in die entsprechenden Handelsideen ganz unten die Videoaufzeichnung, sodass Sie sich alles auch nochmal im Video anschauen können. Also das zum Tickmill-Blog an dieser Stelle und ich würde sagen, wir gehen dann auch gleich mal rein. Mario, auch dir einen schönen guten Morgen in die neue Woche, einen guten Start für alle Mann. Wer eine Frage übrigens hat, einfach hier auf Facebook im Chat posten, da können wir die ein oder andere Frage direkt klären oder aber auch in den ein oder anderen Chat hineingehen oder beziehungsweise den Chart mal näher betrachten. Damit würde ich sagen, machen wir hier noch mit dem Risikohinweis weiter, weil der ist obligatorisch. Sie wissen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das zum Risikohinweis. Was kommt als nächstes? Na klar, wir schauen einmal auf die wichtigsten Tagesnachrichten. Wir haben das in der letzten Woche, als wir die großen Charts mal besprochen hatten und auch die Vorschau auf die aktuelle Handelswoche gemacht haben, haben wir ja gesehen, der Montag ist nicht so wahnsinnig doll mit Nachrichten bespickt, was den Bereich USA angeht und das hier in Deutschland. Da kam nicht ganz so viel. Es kommt in der Woche noch einiges. Wir haben diese Woche EZB-Sitzung. Da bleibt es alles so sehr, sehr, sehr spannend an dieser Stelle, was die EZB hier sagt. Ich nehme mal an, die Zinsschraube wird hier noch längst nicht berührt, aber die Informationen, die gegeben werden, die sind natürlich hochbrisant und da warten die Märkte ganz klar drauf. Was gibt es heute? Ich habe mal den britischen Fund mit reingenommen in die Morgenvorschau. Warum? Na klar, wir haben das Cable heute auf der Uhr und da kann natürlich die Bewegung hier auch in die ein oder andere Richtung durch Nachrichten induziert werden. Thema Brexit, das ist nicht so gut planbar, aber was wir hier planen können, sind natürlich feste Nachrichten. Um 10.30 Uhr gibt es Informationen zum Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien und zur gleichen Zeit hier die Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Das war es sozusagen an den Impact Free, also die wichtigsten Nachrichten, was wir heute haben. Es gibt im Laufe des Tages hier aus Großbritannien natürlich um 10.30 Uhr noch ein paar Rundum-Informationen zu den oberen Events und dann um 10 Uhr noch eine Pressekonferenz von der OPEC. Kann in Richtung Öl gehen. Öl habe ich heute auch für Sie vorbereitet, also auch da um 10 Uhr immer im Hinterkopf halten. Da könnte was kommen, was möglicherweise die Kurse in die ein oder andere Richtung bewegt, ohne dass das jetzt technisch planbar wäre durch die Betrachtung der entsprechenden Charts an dieser Stelle. Also diese Dinge einmal hier auf der Uhr und heute am Nachmittag um 16 Uhr deutscher Zeit spricht ein FOMC-Mitglied in den USA. Also auch da mal schauen, was passieren kann. Olaf, auch dir einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich hoffe, du hattest ein tolles Wochenende. So, damit in die Charts hinein. Wir starten hier nicht wundern. Wir hatten ja sonst immer den klassischen Meta-Trader 4 hier auf der Uhr. Jetzt habe ich mich mal ein wenig mit dem Stereo-Trader beschäftigt. Den haben wir hier bei Tickmill für Sie auch zur Verfügung gestellt. Warum ist das so? Das ist eine sehr, sehr schöne Software, wo wir gerade im kurzfristigen Trading-Bereich doch durch ein paar Features deutlich besser miteinander traden können. Ich sage nur Pullback-Orders. Eine geniale Geschichte. Das können wir in späteren Runden auch einmal erklären. Wie schon gesagt, hier der Chat bzw. der Chat hier mit unserer Besprechung im Stereo-Trader mit auf der Uhr. Also schauen Sie sich den ruhiger mal an. Ich arbeite jetzt mit dem Stereo-Trader hier direkt im Meta-Trader. Da müssen Sie nicht viel umstellen. Die Implementierung geht wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Okay, hier haben wir das WTI gerade auf der Uhr. Und beim WTI, was fällt uns hier entsprechend auf? Wir sehen einen feinen, nach unten laufenden Abwärtstrend. Hier sehen wir die Bewegung auch sehr schön trendförmig entsprechend nach unten laufen. Und dann kam dieser ganz, ganz starke Anstieg hier nach oben. Der hat erst einmal diesen gesamten Bewegungstrend negiert. Das ist völlig normal in tief laufenden Korrekturen, was wir jetzt hier haben. Aber interessant war es, was hier oben passiert ist. Wir schauen Sie, der ist mal hier drüber gepiekt über die 71,40, was das Korrekturhoch dieses Abwärtstrends gewesen ist. Jetzt sehen wir hier eine Korrektur nach unten. Die lief ziemlich steil hier ab. Wir haben hier einfach nur die nach unten fallenden Kerzen gehabt. Im Stundenschatz sieht man schön die Trends. Das können wir uns auch dann gleich einmal anschauen. Und jetzt sind wir hier an der Situation, wo ich was sehr, sehr Interessantes entdeckt habe. Und zwar sehen Sie das hier unten in diesem Bereich bei 67,28. Das ist Magenta gefärbt, weil ich diese Daten aus dem Stunden-Trendverlauf rausgenommen habe. Und wir haben im Freitag hier diese sehr, sehr schöne Art Hammerkerze im Chart gehabt, wo wir wirklich weit von unten gekommen sind und richtig weit nach oben gelaufen sind. Also da gab es ein Intraday-Reversal an dieser Stelle. Und wenn sich dieses Ganze fortsetzt, dann macht das so ein bisschen Mut für weiter steigende Kurse. Das heißt, was jetzt hier optional vor uns liegt, ist, dass wir hier nicht nur diesen einen Peak nach oben hatten, sondern dass wir vielleicht hier in Kürze wieder ein bisschen Trend oder Preisanstieg sehen könnten. Ob das hier oben drüber geht, ich weiß es nicht. Im kurzfristigen Bereich kann man aber so eine Fahrt mal nutzen als Gegenbewegung sozusagen zu dieser starken Abwärtsbewegung, die wir hier hatten. Und wenn wir uns das Ganze einmal in der Stunde anschauen, das zoome ich mal eben etwas kleiner, dass wir ein paar mehr, ein bisschen mehr Chart-Historie sehen, dann sehen Sie hier entsprechend sehr schön mal die Trendverläufe dieser Abwärtskorrektur, beziehungsweise dieser Abwärtsbewegung. Es ist ja keine Korrektur im übergeordneten Sinne. Also wir haben hier schön einen Abwärtstrend und dieser Abwärtstrend, schauen Sie, hier war das entsprechende Hoch vom Abwärtstrend und da lief der Markt hier unten schon mal drüber. Und jetzt wird es halt wirklich spannend, was wir machen. Das Ding ist jetzt erst einmal gebrochen, gibt es jetzt hier eine Trendfortsetzung, dann würde das dafür sprechen, dass wir eine gute Chance haben, steigende Tendenzen zu sehen. Anlaufmarke, die Frage, wer kauft nach uns, können wir wirklich hier aus dem klassischen Chartverlauf raussehen und da haben wir hier oben die Marken, hier sehen Sie, das habe ich schon reingelegt, bei 69, was haben wir hier, 41. Dann schauen Sie, der nächste Bereich, das wäre dann hier oben dieses Level, um die runde Marke, nahe der 70 US-Dollar, dort gibt es das nächste. Also das sind kurzfristig mal Anlaufpunkte, die wir hier durchaus mit am Markt sehen können. Wenn der Markt runterläuft, hier unten an dieser Stelle, wo wir das Tief hatten, bei der Marke von ungefähr 67,19, 67,20, das war der Tiefbereich hier unten, das hatten wir ja vorhin im Tagesschat auch schön gesehen. Was war das hier, ich zoome es wieder etwas größer, dass wir etwas mehr historisch sehen, hier die 67,28, was der Tiefbereich gewesen ist. Da sollte es natürlich nicht runtergehen, das würde das Chartbild deutlich wieder in die Shortrichtung bewegen, aber das sehen Sie dann schon selbst nach unten hin. Thema Absicherung hier an dieser Stelle ist natürlich erst einmal hier die 64,64, das war das Bewegungstief, was wir hier in dem übergeordneten blauen Trendverlauf haben. Der Peak war drüber, der Widerstand ist da, schauen wir mal, ob der Markt nach oben läuft und wenn er nach oben läuft, was er dann hier oben macht. Bis dahin ist ein bisschen Platz und den können wir an dieser Stelle natürlich sehr, sehr schön hier zum Traden mit nutzen. Ich sehe gerade, wir haben noch ein paar neue Gäste auch da, einen guten Morgen, Ali, Nisa, schön guten Morgen hier von meiner Stelle. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den nächsten Chart hinein, Fragen sehe ich gerade keine, das heißt, wir beleuchten jetzt mal den Dow Jones Index, Kürzel hier, US 30. Einfach wieder rüberziehen hier an dieser Stelle. In diesem Index finde ich etwas relativ interessant. Wir sehen erst einmal hier die Situation gegeben, dass wir weiterhin natürlich den schönen Aufwärtstrend am Laufen haben, da gibt es nichts zu meckern. Wir haben jetzt an den US-Märkten generell etwas Korrektur, das hatten wir am Freitag besprochen, wie die Indizes hier aussehen. Die S&P 500 und die Nasdaq, die haben ja die letzte Bewegung doch schon viel, viel deutlicher korrigiert, als das, was wir hier gesehen haben. Wir sehen im Dow Jones momentan so eine Art, sag ich mal, unten am Stück, wir hatten ein Stück den Rutsch nach unten. Jetzt sehen wir hier so ein bisschen seitwärts hangeln, hin und her. Ja, wir haben hier diese Marken zwischen 25.049, was hier oben der Bereich ist, und hier dieses Level 25.800. Was hier unten sehen Sie, diese Peaks, die sind hier einfach mal herangelaufen, der Markt ist wieder nach oben gegangen. Das ist so ein bisschen Seitwärtsbewegung. Und ich bin mir jetzt hier an dieser Stelle nicht ganz so sicher, wie sich das ganze Spiel auflösen wird. Weil wir sehen, normalerweise sehen wir solche Stärke, oder wenn wir einen starken Markt haben, sieht man das häufig eher an der oberen Stelle. Die anderen beiden Indizes in den USA, die korrigieren ja gerade etwas. Und wenn deren Korrektur weitergeht, dann ist es für mich aus Erfahrung her normal, wenn auch der Dow Jones nach unten mit abgibt. Und hier sehen wir jetzt so ein bisschen Seitwärtslaufen, und das könnte zwei Dinge auslösen. Das Erste, was sein könnte, ist, dass wir hier wirklich einfach nur eine Korrektur über die Zeit sehen. Heißt also hier drüberlaufen, Ringel, 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 und dann ein bisschen hin und her. Und wenn die anderen Indizes dann entsprechend wieder Stärke bekommen, dass er dann einfach von dieser Seitwärtsphase nach oben läuft. Also hier eine lange, lange Bodenbildung sozusagen macht auf diesem Niveau. Oder aber, wenn das doch die Korrektur kommt, dass dieses Niveau einfach bricht nach unten. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Situation, die in zweierlei Richtungen aufgelöst werden kann. Dann Richtung Nummer 1 wäre hier, wir laufen hier oben über die 25.000 knapp 50 Punkte oben, äh 26.000 sind so rum, die 26.000 knapp 50 Punkte oben drüber. Dann sind wir relativ fix auch wieder auf dem Weg hier zu dem Hoch, was wir hatten bei 26.164 Punkten. Das wäre Variante A. Variante B wäre hier, dass wir diese Range nach unten verlassen. Wir testen nochmal die 25.800 Punkte und brechen dann nach unten weg. Auf der Unterseite haben wir dann Unterstützung hier, Sie sehen es selbst bei diesem Ausbruchslevel, was wir hier hatten, um die 25.678 Punkte. Beziehungsweise, wenn wir uns mal diesen letzten Trendschub hier nehmen, dann haben wir hier das Tief dieses Trends bei ungefähr 25.600 Punkten. Das wären kurzfristig mal die Range nach unten. Und jetzt müssen wir einfach so schauen, was der Markt hier macht. Hier ist ein Spannungsumfeld, was sich aufbaut. Und das wird in irgendeiner Weise aufgelöst werden. Also entweder es gibt einfach den Knall, den massiven Schub wieder nach oben und wir laufen hier dann in Richtung des Allzeithochs. So weit weg ist es ja nicht mehr. Oder aber wir gehen hier nach unten, korrigieren noch ein bisschen und der Markt setzt dann zu so einer Art Herbstrallye an. Das werden wir an dieser Stelle sehen, wo der Markt uns hier entsprechend hinführen wird. Auf alle Fälle ist es eine interessante Konstellation, wo ich einfach hinschaue. Aber wenn wir uns das Ganze eben mal in der Stunde anschauen, dann sehen Sie hier in diesem Bereich, da haben wir weder Fleisch noch Fisch. Wir haben nicht wirklich richtige Trends. Das ist wirklich das Hin- und Hergezappel in der Seitwärtsphase. Und hier ist es halt wirklich interessant, was passiert mit der Auflösung. Schiebt es nach oben oder schiebt es nach unten? Diese beiden Dinge haben wir hier. Diejenigen von Ihnen, die allerdings im ganz kurzfristigen Bereich traden, das heißt im Intraday-Bereich, die können natürlich diese beiden Marken, also die Oberseite und die Unterseite, dazu nutzen, von den Extremen in die Gegenrichtung zu traden. Das heißt, solange wie dieses Verhalten, was wir hier sehen, relativ konstant bleibt für den kurzfristigen Trading-Bereich, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja gegeben, dass man von oben nach unten und von unten nach oben läuft. Wir haben es ja hier schon einige Male gesehen. Wichtig an dieser Stelle ist halt, dass man an der richtigen Stelle einsteigt. Das heißt, ich persönlich würde nicht irgendwo hier zwischendrin einsteigen, da wäre mir das Risiko viel, viel, viel zu groß, sondern die Strategie in diesem Bereich sagt bei mir ganz klar, wenn ich ein Range Trading mache, was in der Range ist sozusagen, dann von oben nach unten oder von unten nach oben und immer einsteigen an den Extremen. Das hat sich hier entsprechend dann in der Praxis natürlich auch mit bewährt. Okay, hier zurück an dieser Stelle in den Tagesschart und damit zum britischen Fund mit dem US-Dollar, das sogenannte Cable. Auch das schauen wir uns ja mal an. Da gab es am Freitag eine, ja, sehr, sehr interessante Geschichte. Sie haben ja in den anderen Charts schon diese Linie hier gesehen. Das ist der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage. Das ist der SMA, den ich hier benutze und der hat uns hier ein interessantes Bild gezeigt. Sehen Sie hier, in Rot habe ich eingezeichnet diesen schön laufenden Abwärtstrend, stand wirklich weit in der Bewegung. Innerhalb dieser Bewegung hat sich jetzt hier ein kleiner Aufwärtstrend gebildet. Den habe ich für Sie mal so grün markiert und wir hatten dann am Freitag, nein, nicht am Freitag, entschuldigen Sie, letzte Woche, hatten wir hier den Peak leicht drunter. Das heißt, wir hatten hier am 5.9. erst einmal einen Peak drunter. Deswegen habe ich diese Linie hier so blau gezogen. Wir sind hier drunter gegangen. Und jetzt wird es halt spannend, was passiert aus zweierlei Hinsicht. Weil wir haben, schauen Sie hier oben in diesem Abwärtstrend, die Interaktionen am SMA 50 waren immer die, wir sind herangelaufen, abgeprallt. Hier wieder in die Nähe gekommen. Gut, das ist jetzt kein richtiges Berühren, aber auch hier ging die Schwäche wieder los. Dann sind wir jetzt hier wieder herangelaufen, runtergestoßen. Hier wieder herangelaufen. Und an diesem Tag, am Freitag, haben wir hier so eine schöne Gravestone-Candle gehabt. Hochgelaufen, Spike oben drüber und dann komplett wieder den Tag abverkauft. Wenn dieses Signal an dieser Stelle bestätigt wird, ist das sehr, sehr interessant, weil wir haben hier auf der Unterseite hier die Trendfortsetzung liegen. Das heißt, wenn das hier nach unten läuft, also nach unten läuft, das Ganze dann hier unter diese Marke unten drunter, unter diesem Peak, was wir hatten, da haben wir zum einen dann einmal wieder einen Abwärtstrend, der in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends läuft. Auf dem Weg dorthin, wir sehen schon langsam den Markt nach unten laufen, haben wir hier einen Tagestief, relativ eng stehen, bei 1.28.908. Und dann der Weg zu dieser leichten Unterstützung hier, das Peak, was wir hier hatten, das Korrektortief, dieses kleinen untergeordneten Aufwärtstrends. Das steht dann im Raum und wenn das Ganze gebrochen wird, das ist dann auch mittelfristig vielleicht interessant für diejenigen, die diesen Abwärtstrend traden möchten, dann haben wir hier unten die Anlaufpunkte. Schauen Sie hier, also wie schon gesagt, der Peak, dann haben wir hier Tagestiefs liegen und hier unten entsprechend das Korrektortief im Great Britain Pound US Dollar. Das ist interessant zu sehen, wenn wir hier auch mal in die Stunde mit hineinschauen. Und dann sehen wir halt hier oben, wir hatten die Bewegung, wir hatten die, entschuldigen, wir hatten die starke Bewegung, wir hatten die Korrektur, wir hatten wieder die Bewegung. Und jetzt laufen wir halt, wie schon gesagt, hier unten, wir sehen es, der Markt dreht so langsam runter, schiebt sich Stück für Stück. Und wenn das Ganze dann bestätigt wird, dann haben wir hier auf der Stunde einen Abwärtstrend, der hier entsprechend erst einmal wieder in diese blaue Bewegung, Richtung dieser blauen Bewegung hier läuft. Und wenn wir unten drunter laufen, dann sind das alles Argumente, die hier diesen Markt in diese Richtung stützen, dass wir hier sozusagen nach unten laufen können, um dann die 1,26661 mit anlaufen. Und wir sehen hier in diesem Chart jetzt nicht unbedingt Anlaufpunkte, noch auf der Unterseite, wo der Markt noch hinlaufen kann. Deswegen skaliere ich mal etwas kleiner und Sie sehen schon, wenn sich das Ganze hier, diese Schwäche fortsetzen sollte und wir hier unten drunter laufen, dann haben wir hier, wenn wir hier drüben unter dieses Tief vom, was war das, Mitte September drunter laufen, Mitte August drunter laufen, schauen Sie, da haben wir hier unten schon den nächsten Anlaufpunkt bei 1,25865. Also wir haben hier unten auch schön noch ein paar Sachen, die wir abkassieren können, wenn wir uns das Ganze mal im Wochenchart anschauen, dann sehen wir halt im Langfristbereich hier auch diesen großen Abwärtstrend, wir haben hier Bewegung, wir haben Korrektur, ich zeichne das mal eben für Sie ein, so wie ich es sagen Sie, wir haben hier die Bewegung, wir haben entsprechend eine Korrektur nach oben hinlaufen, wir haben wieder eine schöne Bewegung gehabt, Sie sehen auch diese untergeordneten Trendverläufe, das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum, deswegen funktioniert das aber trotzdem. Jetzt haben wir hier eine Korrektur gehabt, die lief schön trendförmig nach oben und jetzt sind wir hier schon wieder in Richtung der Bewegung nach unten hin und das läuft Stück für Stück fort und dann haben wir hier halt ein paar Anlaufpunkte an dieser Stelle, die wir direkt aus dem Chartverlauf mit rausnehmen kann oder können, das heißt hier ist es interessant zu sehen, was der Markt jetzt macht, hier ist noch einiges an Fleisch am Knochen dran, was wir mit nach Hause nehmen können, das hier zum Währungspaar, das passt also von der Seite her alles gut. Ich sehe gerade, der Dirk Hilger ist heute auch mal mit an Bord, der ist derjenige, der diesen Stereo-Trader entwickelt und produziert hat, aus seiner Trading-Erfahrung heraus hat er die Software für sich angepasst, er ist ja auch dabei, wenn er Informationen oder wenn Sie auch Informationen haben möchten, beziehungsweise die Webinare sich anschauen möchten, schauen Sie, er hat es hier gepostet im Chat auf Facebook, wo das Ganze auch zu sehen ist, also hier ticmel.com.de slash Stereo-Trader. Ich öffne das Ganze einfach mal kurz für Sie, ich zeige es Ihnen mal eben, wenn Sie das Ganze haben wollen, hier einfach diesen Link anklicken und dann kommen Sie direkt auf die Informationen, direkt hier zur Website bei den Werkzeugen, da finden Sie alles, es gibt auch Webinare dazu, also von der Seite her ist ein gutes Tool zum Traden, es hat schöne Software-Funktionalitäten, um den Handel einfach einfacher zu machen. Und da kombinieren wir sozusagen einfach die Sachen, die ich Ihnen hier jeden Morgen zeige, die schönen Handelsideen, die können Sie dann direkt umsetzen mit dem Stereo-Trader, weil Sie einfach diverse Vorteile, gerade für den kurzfristigen Handel in diesem Bereich haben. An dieser Stelle schaue ich mal rein in den Chat, da gibt es jetzt nichts weiter zu sehen, keine Fragen, das heißt von meiner Seite her ganz lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit, all diejenigen, die das Ganze auch im Nachgang schauen. Ich hoffe, allen kann ich ein paar gute Handelsideen geben, allen eine schöne Handelswoche und wir lesen bzw. hören morgen Vormittag wieder voneinander das Webinar um 8.30 Uhr und etwas vorher, spätestens 8 Uhr, gibt es den Blog-Eintrag. Schauen Sie ruhig auf die Website von Tickmel, da finden Sie alle Informationen. An dieser Stelle einen angenehmen Montag, bis morgen, ich freue mich drauf, Ihr Mike Seidel.